Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Die Sorte ist noch nicht einmal auf dem Markt, aber schon hier im Review der neue Bloody Punch von Holster. Ein Grapefruit und Blutorangentabak aus der Punchline. Wir gucken uns mal an, ob der taugt. So Leute, Kopfbau vom Bloody Punch von Holster. Ich habe schon mal kurz dran gerochen, aber ich habe noch nicht umgerührt. Ich habe noch kein Köpfchen von geraucht. Nichts. So, ich habe nur schon mal kurz dran gerochen, aber ich habe noch nicht umgerührt. Ich habe noch kein Köpfchen geraucht. Nichts. Das wird mein erstes Köpfchen von diesem Tabak hier. Wir rühren als erstes mal die Dose um. Schnitt und Feuchtigkeit sehen wir. Das sieht wie von Holster gewohnt auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Aber das kennt man ja schon so. Das ist ja keine Überraschung. Aber auch immerhin keine böse Überraschung. So, wir schnappen uns mal unseren Kopf. Gebaut wird in dem Holster Mytho Funnel. Wie immer, wir schnappen uns unsere Dose. Wir lockern den Tabak auf. Locker fluffig auf die Gabel. Und dann einfach rein in den Kopf streichen. Als erstes geben wir einfach genug Tabak in den Kopf, sodass wir das dann anschließend angenehm verteilen können. Und jetzt machen wir uns noch gar nicht so viel Sorgen, wie der Tabak liegt. Das einzige, worüber wir uns jetzt gerade Sorgen machen, ist genug Tabak in den Kopf zu kriegen, sodass wir anschließend so viel Tabak drin haben, wie wir drin haben wollen. Normal können wir noch einen Funnelstopfen benutzen. Dann passiert euch das nicht, dass euch ein bisschen Tabak in die Mitte fällt. Aber ich habe jetzt gerade keinen hier liegen und ich will schnell ein Köpfchen bauen. So, das sollte schon ungefähr reichen, um ein angenehmes Nockenkontakt zu bauen. Wir schnappen uns hier die Stecherseite von unserer Gabelstecherkombi. Gucken, dass nichts an den Luftstützen liegt, dass nichts auf dem Rand liegt. Wir versuchen es relativ fluffig zu lassen. Also ich will es jetzt gar nicht so krass andrücken. Aber so ein kleines bisschen muss man das natürlich schon hin und her schieben. Da kommt man nicht drum rum. Bei dem Mytho passe ich wie gesagt auf. Hier diese tiefen Funnellöcher, die versuche ich möglichst frei zu lassen. Da soll kein Tabak liegen, ansonsten wird er direkt eingesaugt. Das Ganze wird ein gutes Nockenkontakt-Setup, wenn man so baut. Also ungefähr Rand hoch. Dann haben die Noppen von dem Lotus, der dann da drauf kommt, auf jeden Fall gut Kontakt. Und das war es eigentlich schon zum Kopfbau. Hier so Sachen, die noch auf dem Rand liegen, können wir noch ein bisschen weg machen. Aber im Grunde ist das schon so fertig. Und ich würde sagen, wir packen mal den Lotus drauf. Und wir sehen schon, schließt sehr, sehr schön mit der Kante ab. Ist jetzt kein Overpack, auf keinen Fall. Wir haben keine Gap zwischen Lotus und Kopf. Aber auf jeden Fall ordentliches Nockenkontakt. Leute, ich mache Kohle an. Wir schmeißen das Ding auf die Pfeife und gucken mal, wie der Tabak ist. Ihr seht, die Kiste ist angeraucht. Das Ding läuft. Kopfbau habt ihr gesehen. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr gesehen. Wie von Holster gewohnt. Wie auch bei den ganzen anderen Holstersorten. Sehr nicer Schnitt. Gute Feuchtigkeit. Aber auch nicht zu viel Feuchtigkeit. Ihr habt keine überschüssige Umolasse am Dosenboden. Aber der Tabak ist richtig schön feucht. Genauso, wie wir das haben wollen. Wie von Holster gewohnt. 17,90 Euro kostet die Dose. 200 Gramm Tabak bekommt ihr. Und der Bloody Punch soll ein Grapefruit- und Blutorangentabak sein. Kennt man schon so die Kombi. Beziehungsweise in anderen Kombinationen. Wir kennen zum Beispiel den Schmetterling. Der hat eine Blutorange dabei. Wir kennen zum Beispiel den Blut gegen Blut. Oder den Gettolid von Almasiva. Oder auch den Vampire Nights mit der Blutorange. Und auch Grapefruit. Also das ist sogar genau dieselbe Kombination. Blutorange und Grapefruit. Ich kann aber schon mal vorweg sagen. Der hier ist ganz anders. Warum? Da kommen wir gleich zu. Aber wie immer riechen wir als erstes mal an dem Tabak. Und gucken mal, ob wir auch die Komponenten rausriechen. Also erst ein Druck. Ein bisschen frisch. Aber eher so eine fruchtige Frische. Und nicht nach Booster. Also es ist nicht so, als ob man hier diese typische Booster-Note mit rausriechen würde. Grapefruit riecht man sehr gut raus. Geht so in Richtung süße Grapefruit Limo. Die Blutorange riecht man auch. Aber ich würde sagen, im Vordergrund ist auf jeden Fall die Grapefruit. Die Grapefruit hat so einen kleinen Twist. Wie gesagt, die geht eher in die Richtung von so einer süßen Grapefruit Limo. Bei den anderen Sorten mit Grapefruit, die ich eben so genannt habe, ist es oft eine eher herbe, bittere Grapefruit. Ich meine klar, Grapefruit an sich auch eine sehr bittere Frucht. Aber es gibt ja auch sehr, sehr leckere Grapefruit Limo. So, vom Geruch her geht es auf jeden Fall eher in die Richtung. Wir gucken uns aber als erstes mal die Rauchentwicklung an. Davor kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Ich rauche meine modifizierte Aeon Edition 4 Lounge. Aber mit der neuen Prestige Bowl. Das ist eine Steckbowl. Das heißt, wir haben natürlich auch den Steckbowl Adapter von Aeon. Und die Invert-Rauchsäule noch mit dem V2-Entlüftungssystem. Hier oben kann ich euch auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Das habe ich gestern umgebaut und mich direkt wieder in meine Edition 4 verliebt. Das sieht halt schon sehr, sehr lecker aus, würde ich sagen. Aber wir gucken uns mal die Rauchentwicklung vom Bloody Punch an. Und wie ihr seht, wie von Holster gewohnt, einen guten Kopf bauen. Übrigens, den Kopf habe ich gerade beim Setup total vergessen. Das ist die Mythobowl. Das ist noch der Prototyp von einem neuen Holsterkopf, der kommen soll. Mit dem Calout Lotus 1 Plus obendrauf. Zwei 27er Kohlen. Ausnahmsweise gerade von One Nation. Normal nehme ich ja die Tom C26. Aber ich wollte immer wieder 27er Kohle testen. Deswegen ausnahmsweise die One Nation Kohle obendrauf. Und Leute, ihr seht, die Rauchentwicklung ist wie von Holster gewohnt. Da ist das Ding, raucht natürlich wunderbar. Kommt natürlich eher auf euren Kopfbau an. Wie ihr den Kopf baut, wie viel Kontakt zur Smokebox und so weiter. Oder ob überhaupt Smokebox. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Aber wenn man den so baut, sehr, sehr nice Rauchentwicklung. Ja, also Schnitt sehr, sehr nice. Feuchtigkeit ebenfalls nice. Der Geruch lässt hoffen auf einen süßen Grapefruit-Tabak mit einer blutorangen Note. Gute Rauchentwicklung ebenfalls tiptop, wie von Holster gewohnt das Ganze halt. Der wichtigste Punkt, der Geschmack. Ich nehme nochmal einen zu. Und dann gucken wir, ob wir alles rausschmecken können, was wir schon rausgerochen haben. Und ich muss zum Geschmack auf jeden Fall sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Im Vergleich zu den ganzen anderen Grapefruit- und Blutorangensorten, die wir so hatten, ist der nicht bitter und herb, sondern sehr, sehr nice süß. Erinnert wieder im Geschmack auch an so eine sehr, sehr nice Grapefruit-Limo. Gefällt mir sehr gut. Also wirklich sehr gut. Nicht nur für Grapefruit, sondern generell. Ich würde mir noch einen Ticken mehr Frische wünschen. Aber ist gar nicht so schlecht, dass es nicht mit drin ist. Wir haben ja gute Alternativen. Booster, Supernova oder auch Minztabak, den es ja jetzt auch schon wieder TPD-2-konform gibt. Wer da die Frische vermisst, der kann sich selbst dazu mischen. Ich hatte die eine oder andere Dose Eiskaktus, die dann fast einen Ticken zu kalt war für manche Leute. Ich fand es geil. Andere haben gesagt, Bruder, der neue Eiskaktus ist definitiv zu kalt. Deswegen hier keine Frische mit dabei. So eine ganz leichte, fruchtige Frische haben wir aber nicht viel. Sodass ihr es euch eben selbst dazu mischen könnt in genau der Dosis, wie ihr es gerne haben wollt. Also wem das nicht frisch genug ist, einfach ein Schuss Supernova, Booster, Minztabak dazu und dann passt das Ganze. Also ich finde es aber so schon sehr, sehr nice. Ich finde, man kann ihn gut pur rauchen. Ich kann ihn mir aber auch sehr, sehr, sehr gut zum Mischen vorstellen. Ich glaube, das nächste Köpfchen wird definitiv eine kleine Mischung aus Traube, Minze und dem Bloody Punch. Aber Ersteindruck, wie gesagt, ist auch mein allererster Kopf. Das ist das erste Mal, dass ich ihn geraucht habe. Das ist das erste Set, aber ich habe noch keine anderen probiert. Aber Ersteindruck, sehr, sehr gut von dem Bloody Punch. Lässt auf jeden Fall hoffen. Ich denke, das wird ein kleiner Favorit für die nächste Zeit. Aber in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, das kleine Video, der Ersteindruck zum Bloody Punch von Holzer hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.